Boah, Junge, was ne Kiste, Alter. Das Game nervt mich einfach zu Tode. Ja, hier! Ja, so. Ja, das ist schlau. Was für ein Glück muss man haben, einfach random einen so auf dem Boden zu sehen? Okay, er scheint zu schlafen. The fuck? Okay. Get the bamboos, Len. Ja, dude. Schatz, feiert, bitte? Was sehe ich aus wie ne Kanone? Mann, Alter, was ist denn das, ey? Was? Was war? Hoppla. Moment. Jo, 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 läuft. Warte. Danke. Hab keinen verletzt. Oh Gott. Hör mal, das Spiel ist ab 18, mein Freund. Oh, das höre ich. Mit der Einstellung solltest du vielleicht lieber Fortnite spielen. Geh doch mal weg. Mit dem Jahr 2030. Damien wird bald da sein. Du kannst drauf nicht wählen. Miller, Ende und aus. Wenn wir gehen wollen, dann besser jetzt. Bevor noch mehr von Ihnen kommen. Witzig. Benutze die Werkbank, wenn irgendwas... Benutze die Werkbank, dein Ernst? Okay, danke. Es gibt alle möglichen Gefahren. Setz dich einfach. Du klingst auf jeden Fall wie ein ziemlich fetter V8. Ähm. Oh mein Gott. Mach das einfach nie. Wieder. Elefanten sind hässlich. Musst du gerade irgendwo raus mit der Wut, Alter. Brauch ich hier unbedingt Hilfe gerade. F***ing Portal scheiße, Alter. Achtung hinter euch. Sandwich hab ich. Wehe, Alter. Okay. Okay. I'm sorry. It's your house. Okay. I'm done. Na, 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 na. Ist okay. Wir sind ja hinter denen. Die müssen wahrscheinlich gerade in die Zone rein und bekämpfen. Dann lass die... Weg! Äh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Nein, 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 nein. Alter, ohne Witz. Ich bin... Die sind furchtbar. Warte, wir machen das live Synchro. Was auch? Nice landing, mate? Nice! Boah, ich liebe diesen Weitwinkel. Wenn wir daran ne Woche Spaß haben, dann können wir ja, dann können wir ja n bisschen spielen. Ja, chill mal kurz ne... Nein, 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 Alter! Oh, schwindet er daneben, ich hasse Schrotflinten. Ich hab nicht nach... Fuck! Ich hab nicht nachgeladen, meinte ich. Was ist das? Oh, Gott! Ah!